Mach Feierabend jetzt! Komm essen! Ja, ich komm schon vor. Ich hab dich gar nicht kommen hören. Wo warst du denn, Mata? Was fragst du? Na, sag mir doch. Vor. Ich komm grad von der Sparkasse. Mit den Zinsen sind's jetzt 400 Mark. 400 schon? Heute hab ich 70 hingebracht. Der Kassierer sagt, bei euch macht sie's in diesem Jahr. Langsam, aber sicher. Viel zu langsam, sag ich. Ja, ja. Du kriegst nicht leicht genug. Noch 400 in einem Jahr. Wenn wir Glück haben, sind's in 20 Jahren. 8000. Damit können wir nicht mal in ein Altersheim einkaufen. Heutzutage muss man froh sein, wenn man überhaupt sein Brot verdient. Setz dich daher in diese Einöde. Anstatt in die Stadt, wo ein tüchtiger Automechaniker seine ständige Kundschaft hat. Nein, hier in diese Einöde, wo es keinen Verdienst gibt. Zwei Reifenschäden am Tag, wenn's hochkommt. Und im ersten Jahr kam überhaupt niemand. Was rückst du dich denn auf, Mata? In diesem Jahr ging's doch. Ich weiß, warum du dich hier in diese Einöde gesetzt hast. Nichts als Eifersucht, weil dir kein Mann ins Gehege kommen kann. Und wenn's so wär, Mata. Und wenn's so wär. Ich habe Jahre auf dich gewartet, bis du herangewachsen warst. Und dann hab ich mich jahrelang abgerackert und hab gespart, bis ich dir ein Heim schaffen konnte. Ach, Gott, hör doch auf. Oh, weil du eben für mich das Einzige auf der Welt bist, Mata. Das sagst du mir jeden Tag. Weil's so ist, Mata. Ja, aber wie mir zumut ist hier in dieser Einöde, was? Danach fragst du nicht. Aber was willst du denn? Die Hauptsache ist doch, dass wir zu essen haben und ein Dach überm Kopf. Tja, das wär ja noch schöner. Und außerdem, wie viel hat denn gefehlt im ersten Jahr, dass wir auch noch hätten hungern müssen? Das war im ersten Jahr. Aber dieses Jahr ging's doch. Siehst du mich denn so an? Und jetzt will ich dir auch sagen, warum's dieses Jahr ging. Ach, ich bin nicht neugierig. Hast du nie darüber nachgedacht, warum es in diesem Jahr mit einem Mal besser ging? Warum vor einem Jahr, genau vom 15. Mai an, als ich die Hypothekenzinsen nicht bezahlen konnte, das Geschäft plötzlich anfing zu gehen? Ach, der 15. Mai? Das war der Tag, wo der Händler im Städtchen mir kein Brot mehr geborgt hat. Mit dem leeren Korb musste ich zurück. Das hab ich dir allerdings nicht vergessen. Nein, das hast du mir nicht vergessen. Du vergisst mir nicht leicht was. Also, was hast du denn auf dem Herzen? Red schon. Am 15. Mai, heut vor einem Jahr, bin ich gegen Abend das erste Mal hinaus und hab Nägel gestreut auf der Landstraße. Nägel? Was denn für Nägel? Hufnägel. Von dort, wo unsere Reklametafel steht, von der Kurve an, bin ich ein Stück weitergegangen und hab hier und da ein Nagel fallen lassen in den Staub. Na, und? Und von der Stunde an kamen die Reifenschäden. Mehr am Tag. Wir hatten gute Einnahmen und ich konnte dir dein Heimer halten, Marder. Also, also meinetwegen hast du das getan? Bei Gott, Marder, so ist es. Also, ich bin schuld. Was? Nein, 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 schuld bin nur ich. Weil ich dich nicht verlieren wollte. Denn das könnte ich nicht verwirmen, Marder. Und warum erzählst du es mir überhaupt, was? Was geht es denn mich an? Du hast doch bisher die Gaunerei für dich behalten. Warum erzählst du mir es jetzt? Weil ich das Unrecht nicht mehr fortsetzen will. Ich tue es nicht mehr. Schuldenfrei sind wir jetzt. Und wenn wir uns besser einschränken, muss es jetzt auch so gehen. Tja, einschränken. Als ob wir mehr hätten als knapp zu essen. Ach, der wird dazu jetzt das Borgen beim Kaufmann bald wieder angehen. Das sehe ich schon kommen. Aber das mache ich nicht mehr mit, du. Das sage ich dir. Ich gehe gleich heute Abend noch einmal zum Direktor von der Zementfabrik. So, ach. Ja, du, ich gehe zu ihm in die Privatwohnung. Wenn der Direktor die Lastwagen und Schlepper von der Fabrik zu uns in die Reparatur gibt, dann haben wir ausgesorgt. Oh. Da gibt es genug zu tun und fortlaufend. Für zwei gibt es da zu tun. Auf dich wartet ja gerade, der Direktor. Ich kann die Arbeit ja auch viel billiger machen als die in der Stadt, weil ich geringere Spesen habe. Das will ich ihm sagen. Und eine Drehbar könnten wir uns ja auch anschaffen von den Asparten 400. Das Geld kriegst du nicht in die Hand. Die 400 bleiben auf der Sparkasse. Das sage ich dir. Hast du denn mal darüber nachgedacht? Was passiert, wenn das rauskommt? Das mit den Nägeln? Darüber habe ich Nacht für Nacht nachgedacht. Das Zuchthaus wäre noch das Wenigste. Nacht für Nacht habe ich darüber nachgedacht. Chauffeur, hören Sie, Chauffeur. Ne, Frau? Fahren Sie gleich nach Tisch, damit Sie vor Dunkelwerden mit meiner Kleinen zurück sind. Jawohl. Ja, und bitte fahren Sie nicht zu schnell. Ich fahre die Straße ja nicht zum ersten Mal. Ach, wie ich mich freue, mein Kind wieder bei mir zu haben. Meine kleine Ingrid. Das Zuchthaus wäre noch das Wenigste. Aber dass ich dann von dir fort muss, Martha, meine Martha... Lass mich. Lass. Warum ist das so mit uns? Warum? Wir verstehen uns nicht. Es ist eben was zwischen uns. Ich weiß nicht, was es ist. Und ich sehe doch nur dich auf der Welt. Komm endlich. Das Essen steht auf dem Tisch. Ach, das ist bestimmt der Herr Emil von der Zementfabrik. Es ist seine Zeit. Bleib da, ich mache ihn auf. Ach, der Herr Emil. Frau Martha? Guten Abend, Meister. Guten Abend. Setzen Sie sich ein bisschen zu uns, Herr Emil. Ja, wenn es erlaubt ist. Sie sind immer so herausgeputzt. Als ob Sie auf Brautschau wären, Herr Emil. Ja, Brautschau. In der Gegend hier gibt es Zement und Staub, aber keine Bräute. Oh, in der Zementfabrik drüben gibt es doch Mädchen genug. Den Herrn Buchhalter möchte doch gewiss und manche heiraten. Aber der Herr Buchhalter mag nicht. Ach, die Mädchen von der Fabrik sind Herrn Emil nicht fein genug. Oh nein, ich brauche keine feine. Aber eine, die der Herr Direktor schon gehabt hat, die brauche ich auch nicht. Oh, so einer ist das, Ihr Direktor? Aber er wird doch nicht alle gehabt haben. Na, alle nicht. Aber alle hübschen. Das weiß ich am besten. Da brauche ich nur, um ein Akkordbuch nachzuschauen. Wenn einer einen höheren Akkordsatz bekommen hat, dann weiß ich schon, dass sie beim Direktor in der Wohnung gewesen ist. Ja, ja. Es dreht sich eben immer alles ums Geld. Also, ich gehe jetzt hinüber zu Herrn Direktor. Ich fahre mit dem Rad. Da bin ich in drei Minuten drüben. Auf Wiedersehen, Herr Emil. Auf Wiedersehen. Was? Komm. Na, komm schon. Er ist ja noch bei der Tür. Die ist zu und er ist draußen. Komm. Ach, du hast ihn. Sag mir, aber mich würdest du heiraten, wie? Aber selbstverständlich. Dich sofort. Aber ich dich nicht. Ach, sieh mal an. Und warum würdest du mich nicht heiraten? Weil du genauso einer bist wie dein Direktor. Aber trotzdem gefalle ich dir, wie? Noch. Du, ohne dich wärst du doch gar nicht auszuhalten in der Gegend. Aber morgen. Lass. Was will denn dein Mann von meinem Direktor? Er ist mit dem Wagen fort. Ach, er möchte, dass der Direktor uns die Lastwagen und Schlepper in Reparatur gibt. Daran ist ja gar nicht zu denken. Die Wagen werden schon seit Jahren in der Stadt zur Reparatur gegeben. Immer in dieselbe Werkstatt. Und wenn wir es billiger machen? Ja, gut wär das schon für euch. Die Reparaturen machen nämlich im Durchschnitt mindestens 50 Mark wöchentlich aus. Ach, viel Geld. Ja, ja. Warum hast du dich denn nicht sehen lassen? Fast zwei Wochen. Du hast ja einen Mann im Haus. Ach, Mann. Du, ich fühl nichts bei ihm. Ja? Wenn ich auch weiß, dass er mehr wert ist als du und alle anderen. Ach, manchmal denke ich, das Leben könnte sehr schön sein mit ihm. Aber wenn er dann kommt und suche ich, ach, da werde ich zum Stück Holz. Das ist wie verhext. Aber bei mir. Bei uns klappt's, ne? Lass jetzt. Man muss es eben verstehen mit den Weibern. So eine Sauerei. Das muss mir passieren. Guten Abend, Herr Dierer. Guten Abend. Ach, der Herr Polizeiinspektor. Auch noch auf der Straße, Herr Franz? Nur so ein bisschen mit dem Fahrrad. Da sehe ich hier einen Wagen in der Kurve schleudern. Mindestens 80 hatten Sie drauf, Herr Direktor. Und jetzt? Tja, Herr Franz. Pfanne. Linke hinterer Reifen. Ich habe einen Hufnagel erwischt. Noch ein Glück, Herr Direktor, dass Ihnen gerade in der Kurve bei der Reparaturwerkstatt passiert ist. Na, will ich gleich mal rübergehen. Hoffentlich ist der Meister da. Bin ich eher, dann die Frau. Nicht übel, die Frau. So? Was Sie nicht sagen. Was Sie nicht sagen. Du, da ist jemand. Wer wird denn das sein? Das ist dein Direktor. Was will denn das Schwein hier? Nicht so lange hinter das Haus. Neugierig, was dir vor mir wäre. Ah, guten Tag, Herr Direktor. Ist der Meister da? Leider nicht. Was ist der Direktor? Ein Reifenschaden. Ach. Ich habe einen Hufnagel erwischt in der Kurve bei Ihrer Reklametage. Mein Mann wird es sofort in Ordnung bringen, wenn er zurückkommt. Hübsch sind Sie. Ach, wo, Herr Direktor? Ich wusste gar nicht, dass es hier in dieser Gottverlassenen Gegend so etwas gibt. Meine appetitliche Frau. Wirklich? Ach, das ist doch gewiss nicht der Ernst. Wollen Sie einmal herrüberkommen? Zu mir? Hm? Meine Wohnung? Aber, Herr Direktor, ich bin doch eine verheiratete Frau. Und ich bin eine treue Frau. Ja, ja, Herr Direktor. Man muss es hier aber genau betrachten. Herr Direktor. Na? Wie wär's? Hä? Warum geben Sie eigentlich die Lastwagen und Schlepper von der Fabrik nicht zu uns in Reparatur? Ich wusste ja nicht, dass der Meister eine so hübsche Frau hat. Jetzt wissen Sie es also. Mein Mann kann jede Reparatur ausführen. Er ist nämlich ein tüchtiger Autoschlosser. Gut, machen wir ein Geschäft. Dein Mann bekommt den laufenden Auftrag und du bringst mir die Wochenrechnung. Jeden Sonntag nach dem Essen bringst du mir die Wochenrechnung. Abgemacht? Gut. Ich bring die Rechnung. In meine Privatwohnung. Da wird mein Mann sich aber freuen, dass er jetzt die Reparaturen bekommt. Wiedersehen. Am Sonntag. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Mata, den mit dir. Ja, was ist denn? Mata. Mata, ich bin ihm begegnet auf der Landstraße, dem Herrn Direktor. Wieso? Ja, ich weiß schon alles. So ein Glück, Mata. So ein Glück. Jetzt sind wir die Sorgen los. Oh, der Auftrag läuft ja gleich auf Jahre hinaus. Dass du das fertiggebracht hast. Wie hast du das angestellt? Ich hab's ihm einfach gesagt. Ja, dass du das fertiggebracht hast. Der Direktor hat auch einen von deinen Hufnägeln erwischt. Ja, ich konnte ihm gar nicht in die Augen sehen. Na, morgen gehe ich hinaus und lese die Nägel auf. Herr Himmels Willen. Was war das? Ich sehe nach. Hallo. Hallo. Hilfe. Ja, was ist denn? Hallo. Da, kommen Sie doch rein. Sie bluten ja. Martin. Was ist denn? Was ist passiert? Wagenheber. Schnell, Wagenheber. Der Wagen hat sich überschlagen. Die Böschung runter ins Feld. Ist ja nicht so schlimm. Es sind nur ein paar Schrammene auf der Stirn. Das Kind liegt unter dem Wagen. Ein Kind. Bei Ihrer Reklametafel in der Kurve. Und den Wagenheber. Schnell. Na, kommen Sie. Legen Sie sich nebenan. Ein Kind verunglückt. Ein Mächtiger. Ja, der Wagenheber. Um Himmels Willen, wo ist der Wagenheber? Der Wagenheber, der Wagenheber. Dort steht er ja. Jetzt ist das Unglück da. Wenn es ein Reifenschaden ist, musst du ihn gleich in Ordnung bringen. Dann musst du sofort beseitigt werden. Hörst du? Jetzt ist das Unglück da. Der Mann da drinnen ist so lange hier fest. Er darf nichts merken von der Reparatur, wenn es ein Reifenschaden ist. Jetzt ist das Unglück da. Nimm den Wagenheber und mach schnell. Jetzt ist alles aus. Du tust, was ich dir sage. Hörst du? Der Reifenschaden muss heimlich beseitigt werden. Ist nur Schnapps da. Ja, ich schauen kann. Den mach ich betrunken. Den Chauffeur mach ich betrunken. Ein Kind unterm Wagen. Wie ist denn das Unglück passiert? Weiß ich selber noch nicht. Wahrscheinlich ein Reifenschaden. Warten Sie. Ich helfe Ihnen, den Rock ausziehen. Ich konnte mich ja nicht vergewissern. Ich bin ja gleich hierher gelaufen, so schnell wie es ging. Weil das Kind unterm Wagen liegt. Aber es muss ein Reifenschaden sein. Möglich. Aber es braucht keiner zu sein. An einem Auto kann allerhand vorkommen. Das Kind... Ich muss mit raus. Das Kind... Ach, Sie können ja nicht. Bleiben Sie nur da. Mein Mann kümmert sich schon. Ziehen Sie das Hemd aus. Dann sehe ich nach, wo Sie noch Schmerzen haben. Hier vielleicht. An den Ritten? Möglich, dass eine gebrochen ist. Festen Brustkasten haben Sie. Na, jetzt trinken Sie mal einen Schnaps. Schnaps vertrage ich schon gar nicht. Na, kommen Sie schon. Ich trinke nämlich sonst überhaupt keinen Alkohol. Aber mir ist wirklich schon besser. Ah, sehen Sie. Also dann noch einen. Und ich werde auch einen trinken. Jawohl. Verfluchte Sauerei. Ich habe Ingrid abgeholt vom Landheim. Und jetzt sowas. Meine Herrin, die schmeißt mich raus. Wird schon nicht so schlimm werden. Noch einen. Na, es ist schon alles gleich. Sie sind Autoschlosser? Gelernte Autoschlosser. Dann könnten Sie vielleicht bei uns eintreten. Wenn Ihre Herrin Sie entlässt. Bei Ihnen hier? Das wäre was. Also das wäre gut. Hier sind die Schmerzen. Es geht einem ja durch und durch, wenn Sie einen anfassen. Durch und durch. Schlaf jetzt. Durch und durch. Walter! 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 Still! Der schläft doch. Das Kind. Ist ein Reifenschaden. Walter, das Kind. Ob es ein Reifenschaden ist? Im rechten Vorderrad. Einer von meinen Nägeln. Das musst du heute noch reparieren. Sofort musst du das machen. Was schläft es mich denn so an? Was ist denn? Was ging das Tod? Was sagst du? Das Kaffeechen. An der Schläfe. Eingedrückt. Wie hockst du denn da, Martin? Das Grübeln, das Grübeln nützt doch nichts. Ich habe seither, in dieser ganzen Woche habe ich nicht geschlafen. Jetzt hör mich mal an. Die Sache liegt doch so. Sogar wenn Sie rausschnüffeln, dass ein Reifenschaden schuld war an dem Unglück, dann wüssten Sie ja immer noch nicht, dass du Nägel gestreut hast und an dem Reifenschaden schuld bist. Gar nichts, wüssten Sie. Aber es ist besser, Sie erfahren erst gar nicht, dass es ein Reifenschaden war. Sonst wollen Sie nämlich weiter, bis Sie es rausfinden. Du musst dir einprägen, es war kein Reifenschaden. Hörst du? Also nimm dich zusammen nachher, wenn der Polizeibeamte kommt und dich ausfragt. Das ist jetzt die Hauptsache. Marder. So lange musst du dich noch zusammennehmen. Wenn das überstanden ist, die Vernehmung, dann haben wir Zeit gewonnen. Marder, sobald ich die Augen zumache, da sieht mich das Kind an. Es ist tot und doch sieht's mich an. Das Kind ist begraben, das Kind sieht niemand mehr an. Jetzt sind die Nägel unser Unglück geworden. Die Nägel bringen mich ins Zuchthaus. Wenn du den Reifenschaden damals an dem Abend nicht gleich beseitigt hättest, dann wärst du doch schon drin. Ach, mir wär leichter. Ach, und was dann aus mir werden soll, daran denkst du nicht. Ach, ich hab doch immer nur an dich gedacht. Sogar jetzt, wo ich in so großer Not bin, denk ich doch immer nur, was aus dir werden soll. Wenn die Sache rauskommt... Ach, die kriegen's nicht raus, wenn du dich zusammennimmst. Du kommst nicht ins Zuchthaus. Und auch deinen Seelenfrieden wirst du wiederfinden. Und deine Ruhe. Nein, nein, Marder. Das sitzt da drinnen. Hier. In der Brust. Du. Du, das hat Gewalt über mich. Wenn du dich nicht zusammennimmst, dann bringst du uns beide ins Unglück. Also rede so wenig wie möglich nachher, wenn der Polizeibeamte kommt. Es ist der Herr Franz. Das hab ich rausbekommen. Der Herr Franz steigt mir schon lange nach. Und wie der mir nachsteigt. Wenn Herrn Franz krieg ich rum. Auf jeden Fall. Du weißt von nichts. Du weißt nur, dass alle vier Reifen unversehrt waren. Hörst du? Ja, ja. Aber es kann nicht mehr gut werden. Nie mehr. Das ist der Polizeiinspektor, der Herr Franz. Er will den Chauffeur verhören. Da muss ich dabei sein. Also Sie sind der Chauffeur? Ja, Herr Inspektor. Mir bleibt die ganze Sache unverständlich. Bei normalen Fahren hätte das Unglück doch gar nicht passieren können. Guten Tag, Herr Franz. Ach, guten Tag. Ich hab ein paar Fragen an den Chauffeur. Ja, ich versteh's selber nicht. Ich fahr seit acht Jahren. Mir ist noch nichts dergleichen passiert. Nur, wenn Sie am Steuer eingeschlafen wären... Ja, woher denn? Denn die Straße ist nicht schlecht. Zwar neigt sie sich in der Kurve etwas stärker als Gutes gegen die Böschung zu, aber dass dadurch ein Wagen entschleudern gerät, glaube ich nicht. Ja, bei einem Reifenschaden. Und zwar bei einem Reifenschaden am rechten Vorderrad. Da wäre das schon denkbar, dass der Wagen plötzlich scharf nach rechts gerissen würde und infolge der seitlichen Neigung der Kurve sich überschlagen könnte. Genau so war's. Plötzlich reißt der Wagen nach rechts. Wie beim Reifenschaden. Und schon überschlägt er sich und liegt drunten im Feld. Aber Sie sagen ja selbst, dass sämtliche Reifen unversehrt waren. Ja, ja, das kann ich bezeugen, Herr Franz. An dem Abend konnte ich ja nicht mehr mit raus zum Wagen. Wegen der Stirnwunde da. Und wegen der Gehirnerschütterung. Ja, ja. Aber am nächsten Morgen hat mir der Meister sofort gesagt, dass alle vier Reifen unversehrt waren. Und ich hab mich auch selber davon überzeugt. Hm. Haben vielleicht die Bremsen versagt? Nein, nein, das hätte ich gespürt. Die Bremsen waren in Ordnung. Na, vielleicht müsste man die abschüssige Kurve doch ein bisschen aufschütten. Das könnte jedenfalls nicht schaden. Ich werde das beim Straßenbaum veranlassen. Obgleich, wie gesagt, der Zustand der Kurve nicht schuld ist an dem Unglücksfall. Ist der Meister da? Ich hole ihn. Ich hole meinen Mann, Herr Franz. Hm. Sie arbeiten jetzt hier in der Werkstatt? Der Meister hat mich eingestellt. Das ist das einzige Glück dabei. Sonst hätte ich vielleicht Jahre warten müssen bei der großen Arbeitslosigkeit. Meine frühere Herrin hat mich nämlich gleich entlassen. Und die steigt überhaupt in kein Auto mehr seit dem Unglück. Sie hat ihren Wagen abgeschafft. Das ist ja zu verstehen. Die Frau soll ja auch seither nicht mehr richtig sein im Kopf. Sie wohnt jetzt oben am Waldrand. Wie ich höre, hat sie das Zimmer gleich auf ein ganzes Jahr gemietet. Jeden Tag geht sie runter an die Stelle, wo das Unglück passiert ist. Da steht sie dann und schaut. Und wenn jemand des Weges kommt, geht sie auf ihn zu und blickt ihm ins Gesicht. Mir ist sie gestern auch begegnet. Sie sagt nicht guten Tag und nicht adieu. Sie hat mich nur angesehen. Mir ist es eiskalt runtergelaufen. Sie hat mich nämlich nicht erkannt. Und ich war doch drei Jahre bei ihr in Stellung. Frau Martha, ich möchte jetzt Ihren Mann sprechen. Ja, Herr Franz. Sie brauche ich eins, weil nicht mehr. Herr Polizeiinspektor. Martin! Komm mal rein, Martin! Bitte? Meister, Sie sind doch gleich nach dem Unglück hinaus und haben den Wagen besichtigt. Ja, Herr Franz. Konnten Sie denn überhaupt den Wagen allein wieder umdrehen und auf die Räder stellen? Ja, mit dem Wagenheber ging das unschwer, weil das Feld dort abschüssig ist. Also war niemand dabei? Der Gehilfe konnte ja nicht mit raus. Er konnte nicht auf den Füßen stehen vor Schmerzen. Ich musste ihm Schnaps geben. Und die Reifen waren unversehrt? Ja, und als der Wagen hochging, dann sah ich das Kind liegen. Tot. Das will der Herr Franz jetzt nicht wissen, Martin. Ja, die Reifen waren unversehrt. Auch der rechte Vorderreifen? Ah, ja. Mein Mann hat die Sache nämlich schwer mitgenommen. Wissen Sie, Herr Franz, er hat doch das Kind vorgezogen. Und das begreiflich. Aber unbegreiflich ist, dass der ganze Wagen verbogen und zertrümmert war. Sogar das Motorgehäuse und das Getriebe gebrochen. Und nur die Reifen unversehrt. Das kommt selten vor, ne? Ja, aber offenbar kann es doch vorkommen. Das haben wir ja gesehen. Uns geht ja übrigens die Sache weiter nichts an. Nicht mal in Reparatur haben wir den Wagen bekommen. Merkwürdig ist nur, dass in dieser Kurve schon recht häufig was passierte im letzten Jahr. Ja, wenn es bisher auch nie etwas Ernstliches war. Meistens noch Reifenschäden. Der Direktor von der Zementfabrik hat ja auch einen Reifenschaden an dieser Stelle. Und sogar am selben Tag, an dem das Unglück passierte. Zufall? Ja, ja. Jede Autofahrer hat mal einen Reifenschaden. Oh, zweifellos. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Direktor in einen Hufnagel gefahren. Stimmt das? Ja, es war ein Hufnagel. Ja, ich erwähne das nur, weil so ein Reifenschaden verursacht durch einen Hufnagel eine ausreichende Erklärung auch für das Unglück wäre. Aber da Sie sagen, dass die Reifen unversehrt waren, na, wir werden ja sehen. Kommen Sie doch wieder mal zum Café zu uns, Herr Franz. Ich meine, wir verstehen doch alle drei was von Autos. Vielleicht finden wir doch noch raus, was an dem Unglück schuld war. Ich bin überzeugt, dass ich die Ursache noch finden werde. Das ist ja mein Beruf. Ich sehe mir die Unfallstelle noch einmal genau an. Wiedersehen, Meister. Adieu, von den kleinen Schwecker. Adieu. Sie haben mein Töchterchen gesehen, wie es unter dem Wagen lag? Ja, Frau. Hat es noch geatmet? Das Kind war tot. Aber seine Augen... Waren seine Augen offen? Hat mein Kind sie angesehen? Sie müssen es doch wissen. Sie haben mein Kind aufgehoben. Sie haben es in den Armen gehalten. Oder waren seine Augen geschlossen? Die Augen standen offen. Haben Sie ihm die Augen geschlossen? Nein, Frau. Niemand hat es ihm geschlossen. Niemand. Der Herr Franz riecht was. Wenn er auch noch nichts Gewisses weiß. Aber ich habe Angst, der schnüffelt es noch raus. Du musst dich sehr in Acht nehmen. Die Mutter war da. Die Mutter von dem Kind. Ich muss hingehen auf die Polizei und alles Eingestehene. Was sagst du da? Was? Ich habe ein Kind umgebracht. Seine Schuld muss man auf sich nehmen und abwüßen. Und das ist besser. Ich schiebe es gar nicht länger hinaus. Und gehe gleich heute Abend noch auf die Polizei. Daraus wird nichts. Das sage ich dir. Ich lasse das nicht zu. Hörst du? Das lasse ich nicht zu. Das kannst du nicht verhindern. Darüber hast du keine Gewalt. Darüber nicht. Wie du bist auf einmal. Wie du bist. So ist es. Aber wer hat denn was davon, wenn du dich der Polizei stellst? Das Kind wird davon nicht wieder lebendig. Bald dein Verstand. Ja, mit Verstand hat er es nicht zu tun. Du es nicht, Martin. Martin. Ja, Martha. Mit uns zwei ist es schiefgegangen. Mit unserer Ehe. Und das ist jetzt das Ende. Du es nicht, Martin. Du es nicht. Vor der Ehe war es anders. Du warst anders. Als Mädchen, meine ich. Ach, du warst so weich und anschmiegsam. Und auch so gläubig. Und vertrauend auf mich. Aber nach der Heirat, gleich in der ersten Woche, ach, da warst du auf einmal hart. Und so ist es geblieben die ganzen Jahre. Begreifen kann ich mich selbst nicht. Wenn ich zurückdenke, wie gut alles war vor der Heirat. Im Herzen hatte ich dich immer gern die ganzen Jahre. Nur das andere. Du weißt, was ich will. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Und da wurdest du unzufrieden mit allem. Und so hart wie Holz. Und auf einmal auch gierig nach Geld. Ach, Martin. Ach, das soll kein Vorwurf sein, Martha. Er könnte sich da zum Richter aufwerfen. In diesem verwickelten Ding. Du warst immer gut zu mir. Zu gut. Ja, weil ich dich immer sah, wie du vor der Heirat warst. Wie du nämlich in Wirklichkeit bist. Ich habe immer noch gehofft, dass noch alles gut werden könnte zwischen uns. Ich habe gedacht, das geht leicht, wenn dein Herz dabei ist. Und jetzt habe ich mich so furchtbar versündigt. Ein unschuldiges Kind, das noch sein ganzes Leben vor sich hat. Ich muss es abösen. Und dazu ist es jetzt gekommen, weil ich schlechte dir war. Und du sollst jetzt ins Tuchthaus. Furchtbar. Das ist furchtbar. Ja, ich hätte keine Ruhe. Du. Ich hätte den Seelenfrieden. Nicht mehr. Das ist jetzt die Strafe für alles, was ich getan habe. Ach, du bist ja in Wirklichkeit gar nicht so. Du hast dich nur verirrt. Und dann bist du immer weitergegangen, in die falsche Richtung. Ach, es ist ein Unheil. Ja, die Menschen haben es schwer, weil das Leben so schwer und verwickelt ist. Ja. Du, Martha, manchmal denke ich, dass auch die Unschuldigen schuldig werden müssen. Weißt du, weil das Leben und alles so schwer und so verwickelt ist und dass deshalb auch die Schuldigen nicht wirklich schuldig sind. Was soll ich nur tun? Was soll ich tun? Wenn ich dir nur helfen könnte, Martin. Nein, 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 das kannst du nicht. Vorige Woche, Martha, vorige Woche, als ich in der Stadt war, da habe ich das Haus und das Geschäft, das ganze Anwesen, das habe ich auf deinen Namen überschreiben lassen. Ja, vorhin ist die Überschreibungsurkunde gekommen mit der Post. Sie liegt dort im Schrank. Ich brauche nur noch meinen Namen drunter zu setzen. Dann können sie dir das anwesend nicht wegnehmen, wenn Schadenersatz klarenkommt. Martin. Aber du hast dir keine Nägel gestreut. Und du hast auch nichts gewusst davon. Das Geschäft kannst du leicht allein weiterführen mit deinem Tüchchen Gesellen. Dein Brot wirst du also immer haben. Und du, und du. Meister, da ist jemand mit einem Reifelschaden. Er hat einen Hufnagel erwischt. Du, Martha, da kannst du gleich einmal mit hinaus zu dem Wagen. Von jetzt an musst du ja du das Geschirr führen, Martha. Fang nur gleich damit an. Wohin denn, Martin? Wohin gehst du? Den Haust auf die Landstraße und die Nägel auflesen, damit nicht noch ein Unglück passiert. Ich ziehe Schuhe und schrumpfe aus. Barfuß spüre ich die Nägel besser im Stoff. Wo geht er denn hin? Er sieht aus wie ein Pilger. Er ist wie ein Pilger. So ein Mann. So ein Mann. Wer? Ihr? Und ich hab ihm sein Leben ruiniert. Und in den Dreck gezogen hab ich. Kriegt er seine Hörner spazieren? Sagen Sie kein Wort gegen meinen Mann. Das rate ich Ihnen. Na nun. Auf einmal. Betteln hätte ich gehen sollen für ihn. Na komm her. Komm schon. Sie packen ihren Koffer. Augenblicklich. Und raus. Heute noch raus. Und wenn ich, bevor ich gehe, ein Wörtchen rede mit deinem Mann? Über dich und Herrn Buchhalter? Hm? Ich sag's ihm selber, was für eine ich war. Dann kannst du deinen Koffer packen. Alles sag ich ihm. Dann fällt ihm wenigstens der Abschied von mir nicht schwer. Das Einzige, was ich noch tun kann für ihn. Na komm schon. Weg! Lassen Sie mich! Ach was! Nein, nein! Lassen Sie mich nicht! Lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Martin! Also ist das. Du hast was mit dem. Nein! Martin! Schon die ganze Zeit vielleicht. Und hier, im Haus, mach du dein Maul auf, du Hund. Fragen Sie Ihre Frau bitte, wenn sie was hat. Oder fragen Sie deinen Buchhalter. Dich frage ich jetzt. Ich? Ich sag nichts. Du sagst nichts. Du Hund. Du sagst nichts. Du Hund. Du Hund. Martin! Raus, du Hurenmensch. Sonst bringe ich dich um. So ist das also. Und wegen so einer habe ich ein Kind umgebracht. Und wollte auch noch ins Zuchthaus. Aber da ist jetzt kein Sinn mehr drin, dass ich ins Zuchthaus gehe. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist mir alles gleich. Jetzt ist alles aus. Sonntagsrohemeister? Wo ist denn Frau Martha? Meine Frau ist drüben. Bei Ihrem Direktor. Heute? Am Sonntag? Ja. Sie ist in seiner Privatwohnung. Aha. Sieh mal an. So fleißig ist unser Direktor, dass er sogar am Sonntag arbeitet. Um zwei Uhr ist sie hinüber. Gleich nach dem Mittagessen. Und jetzt haben wir fünf. So lange braucht der Herr Direktor. Zum Kontrollieren der Rechnung. Na, vielleicht ist sie längst fort. Vielleicht macht sie einen Spaziergang. Es ist doch schön heute. Oder vielleicht, vielleicht zeigt er ihr seine Wohnung. Aha, mag auch sein. Er hat doch sicher eine sehr schöne Wohnung. Wie? Mit einem Schlafzimmer. Hm? Merkwürdig, wie Sie heute reden. Gerade als ob Sie der Sache nicht trauen werden. Wie sollte ich denn reden? Sie wissen doch am besten, was der für einer ist. Ihr, Herr Direktor. Ja, der Direktor schon. Aber Frau Martha? Ja, bei Frau Martha käme an die Unrechte. Warum schicken Sie denn nicht den Gehilfen mit der Rechnung hinüber, wenn Sie der Sache nicht trauen? Und warum sollte nicht meine Frau gehen? Na ja, meine... Ach, Sie meinen, beim Gehilfen brauchte der Direktor keine drei Stunden. Wahrscheinlich hat das einen Kontrakt, dass meine Frau Ihnen die Rechnung in die Privatfohnung bringen muss. Wahrscheinlich ist das eine mündliche Vereinbarung zwischen den beiden und nach dem Gesetz muss sowas eingehalten werden. Machen Sie sich lustig über mich? Von der Seite kenne ich Sie ja gar nicht. Was haben Sie denn heute? Wenn Sie der Sache nicht trauen, dann sollten Sie doch lieber den Gehilfen schicken. Kontrakt ist Kontrakt. Und der Gehilfe, wissen Sie, der kann für mich keine Rechnung mehr einkassieren. Der ist nicht mehr bei mir. Ach. Ja, der war nämlich auch hinter meiner Frau hier. Aha. Oder Sie hinter ihm. Was Sie mir da erzählen? Na, also Frau Martha tut so etwas bestimmt nicht. Das ist ganz ausgeschlossen. In dem Punkt kenne ich Frau Martha ganz genau. Das glaube ich Ihnen gern. Und wie genau. Und sicher schon sehr lange. Da haben Sie jetzt einmal die Wahrheit gesagt. Ach, ich will gar nicht wissen, wie lange Sie meine Frau in dem Punkt so genau kennen. Was Sie da sagen. Ich habe nichts mit ihr. Mit einer verheirateten Frau. Das würde ich mir gründlich überlegen. Dabei kommt nichts Gutes heraus. Das hätten Sie sich früher überlegen müssen, Herr Emil, dass dabei nichts Gutes herauskommt. Wenn ich Sie wäre, da würde ich nicht eine Sekunde länger hier bleiben. Sie. Das ist ja Ihr Haus. Ja. Ja. Das ist mein Haus. Martin. Für die Reparaturen. Hier sind 50 Mark, Martin. Nein, nein. Nimm es nur zu dir. Du hast dir das Geld redlich verdient. An dem Geld hängt nichts Schlechtes. Auf den Knien habe ich gelegen vor dem Direktor. Es ist nichts geschehen zwischen ihm und mir, Martin. Er gibt dir die Arbeit jetzt zu. Was die Überschreibungsurkunde anlangt, die habe ich nicht unterschrieben. Ich will das Anwesen nicht. Nichts will ich, wenn ich dich nicht habe. Du hast dich verspätet. Du musst den Kaffeetisch richten. Der Herr Franz wird in ein paar Minuten hier sein. Ich tue es nicht, was du da von mir verlangst, Martin. Ich tue es nicht. Wenn du vielleicht doch noch nicht verstanden hast. Also, die Sache liegt so. Ich habe wegen dir ein Kind umgebracht. Und du sollst jetzt die Gewalt, die du über Männer hast, einmal für mich ausnutzen, beim Herrn Franz. Damit er mich nicht in Zucht ausbringt. Denn da liegt jetzt für mich kein Sinn mehr drin, dass ich ins Zuchthaus gehe. Also, damit du es genau weißt. Du sollst erreichen, dass er mich nicht anzeigt. Das allein ist wichtig. Und dass ich mit ihm schlafe. Das ist dir gleich. Warum solltest du etwas, was du früher so leicht hingetan hast, jetzt auf einmal nicht mehr tun? Dich kostet es nicht. Du hast noch dein Vergnügen dabei. Und mich kannst du damit vor dem Zuchthaus bewahren. Und wenn es mich alles kostet, Martin. Alles. Weil ich doch nur dich will auf der Welt. Fühlst du denn nicht, Martin, wie es jetzt mit mir steht? Fühlst du denn das nicht? Ein bisschen früher hätte das sein müssen. Ich werde ihm sagen, ich habe die Nägel gestreut. Du hast gar nichts davon gewusst. Ich habe es heimlich getan. Werde ich es sagen. Nein, nein, da ist kein Sinn drin. Wenn abgewüst werden muss, dann von mir. Aber du hast es doch nur wegen mir getan. Ich bin an dem ganzen Unglück schuld, Martin. Ich bin allein. Nein, nein, du, du. Da bin ich anderer Meinung. Ich hätte nicht so an dir hängen dürfen, weißt du? Bis zum Verbrechen. Du hast dir schließlich keine Nägel gestreut. Nur darauf kommt es an. Und das werde ich sagen vor dem Richter. Das ist der Herr Franz. Oh Gott. Jetzt steht es bei dir. Wenn du ihm zu willen bist, dann tut der Herr Franz gewiss, was du dafür verlangst. Er ist ja schon lange hinter dir her. Er schweigt dann sicher still schon seiner selbst wegen, damit er hinterher nicht in Unannehmlichkeiten gerät. Oh, und was wird denn aus mir? Das weiß ich nicht, Martha. Oh, Martin. Martin. Geh nicht fort von mir. Da bin ich, Frau Martha. Zum Kaffee. Der Meister nicht zu Hause? Er ist fort. Er ist fort. So? Na. Ach. Der legt ja Geld. Und ein Brief. Ich habe das Anwesen verkauft. Die Hälfte des Geldes lasse ich dir zurück. Lebe wohl, Martin. Was sagen Sie dazu, Frau Martha? Letzten am Abend, da ging ich nochmal an die Stelle, wo das Unglück passiert ist, zu der Kurve. Grübel darüber nach, was die Ursache gewesen sein kann. Da sehe ich doch ihren Mann daherkommen, ohne Schuhe und ohne Strümpfe. Er scharrt immer so mit dem Fuß im Staub und pückt sich auch manchmal. Na, was hebt er denn da bloß auf, denke ich? Dann pückt er sich schon wieder. Na, später bin ich ja drauf gekommen, was er da rausgefischt hat aus dem Staub. Ein Autoschlosser, der Nägel von der Landstraße aufliest, damit es nur ja keine Reifenschäden gibt, weil er sonst ja Arbeit bekäme und verdienst. Also das ist doch merkwürdig nicht, wa? Ach. Ja, das Gegenteil. Das Gegenteil, das wäre schon eher zu verstehen. Weil ein Autoschlosser Nägel streuen würde. Ja. Allerdings, sowas kann gefährlich werden. Durch einen Nagel würde das größte Unglück passieren in dieser Kurve. Meinen Sie nicht auch, Frau Martha? Meinst du nicht? Ja. Er hat Nägel gestreut. Er hat's meinetwegen getan, weil er Angst hatte, dass ich ihm fortlaufe aus der Armut. Und dadurch ist das Kind umgekommen. Und jetzt ist er fort. Oh, weit kann er ja noch nicht sein. Braucht er bloß ans Telefon zu gehen, dann gibt das Polizeirebier den Fahndungsbefehl raus. Und in einer Stunde haben wir ihn. Tun Sie mit mir, was Sie wollen. Hübsch bist du. Martin? Martin! Martin! Ja, Martin! Verfluchte, Sauerei, da ist er. Martin! Martin! Martin, komm! Du, lass deinen ganzen Karma. Ja. Ich kaufe hier in Hamburg einen Mantel und alles. Martin, nimmst du mich mit, Martin? Nimmst du dich mit? Ja, ja, ja. Komm, Martin, komm. So, die sind weg. Und jetzt die Fahndungsstelle. Nein. Ich habe mich da schon so tief eingelassen. Es könnte gefährlich werden für mich. Es ist besser, ich weiß von nichts und lasse ihn laufen. Zu gefährlich für mich. Morgen sind wir in Hamburg. Nein. Und dann geht's aufs Schiff. Wohin, Martin? Nach Südamerika. Guten Abend. Guten Abend. Sieht böse aus da vorne, meine Idee. Ja, das brennt nieder. Also eine Flasche Bier. Flasche Bier. Abzureißen brauchen Sie das Gerümpel jetzt nicht mehr. Hallo? Ja. Ah, was denn? Polizei? Ja. Martin, da sind Sie wieder. Da sind zwei Geheimpolizisten. Dieselben wie am Hafen. Sie sind uns gefolgt. Jetzt verhaften Sie dich. Ja. Jetzt verhaften Sie mich. Was hat er denn angefühlt? Notschlag. Du musst gehen, Martin. Du musst gehen, Martin. Lauf weg. Notschlag. Aha. Er wollte abhauen. Nach Südamerika. Morgen früh. In 15 Jahren kann der vielleicht nach Südamerika abhauen. Räuser. Räuser. Schau mal, Flieger. Wir füllen durch die Hintertür ab. Geh mal. Es hat nicht mehr gegolten. Aber es ist kein Unterschied, ob ich verhaftet wäre oder ob ich mich selbst der Polizei stelle. Wenn wir aber jetzt ein neues Leben anfangen, drüben in Südamerika, glaubst du dir nicht, dass dann alles wieder gut wird mit dir? Nein. Ich muss es dir erklären, Mutter. Dann erkläre ich es vielleicht auch mir selber. Nein. Ich verstehe es ja selber nicht. Ich fühle es nur, die Schuld. Als ich dich verloren hatte wegen dem Buchhalter, da war der Druck, dass ich es abbüßen muss, auf einmal nicht mehr da. Mir war alles gleich. Aber jetzt, seit zwei Wochen, seitdem du bei mir bist, so ganz und gar, jetzt fühle ich auch wieder die schwere Schuld. Und hat das in der Brust, Marder. Das drückt und drückt. Ich sehe immer wieder das Kind, das ich umgebracht habe. Ach, Martin. Das Kind ist tot. Und ich soll jetzt mit dir in Südamerika ein glückliches Leben haben? Nein, das lässt's nicht zu, Marder. Ich spür's, du. Das lässt's mich zu. Das Zuchthaus, überlebst du nicht. Dann sterb ich auch. Es ist am besten. Ich gehe jetzt gleich auf die Polizei. Mach Platz, Leute. Sie ist ohnmächtig. Was hat sie denn? Ist es hier schlimm? Rauchvergiftung. Einer wacht, Meister. Da die Täter. Ruf die Da die Täter. Es war zu viel für die arme Frau. Sie hatte Einkäufe gemacht fürs Abendessen. Und als sie heimkam, stand der ganze Häuserblock in Flammen. Da rennt sie auch schon rein. Wir haben sie gerade noch eingeholt im ersten Stock, sonst wäre sie hingewiesen. Aber ihr Kind ist drin. Ganz oben und am Dach stand es am Fenster und schrie. Das ist ja furchtbar. Das war zu viel für die arme Frau. Da fiel sie in Ohnmacht. Und was ist jetzt mit dem Kind? Nichts mehr zu machen. Schon zwei von unseren Leuten sind verunglückt. Jetzt wagt sich da keiner mehr rauf. Der Dachstuhl über dem Flügel kann jede Sekunde einstürzen. Mein Kind, Nini. Mein Kind, Nini. Nini. Du, helf doch, helf doch. Die Feuerwehr hat getan, was sie konnte. Von außen kommen sie nicht ran an das Kind. Die Leitern reichen nicht wieder auf. Und von innen auch nicht mehr. Weil der ganze viertel Stock liegt der Lob rein. Und dazwischen den fünften Stock in den Ärgerzimmer ist das Kind. Da hinauf kann keiner mehr. Ich probiere es. Hier, Marta. Nimm das Geld. Martin, es ist ein Tod. Nini, Nini. Mein Kind. Mein Kind. Herr Bachmeister. Ja, hören Sie. Ich wollte mich gerade der Polizei stellen, weil ich ein Kind umgebracht habe. Jetzt habe ich es Ihnen also gesagt und eingestanden. Was ist das? Aber lassen Sie mich jetzt gehen. Wenn ich das Kind rausbringe aus dem Feuer, dann können Sie mich mitnehmen. Oder ich bleibe drin. Ich verstehe gar nicht, was Sie mir da sagen. Meine Frau soll es Ihnen erklären. Adieu, Marta. Lasst mich durch. Durch, lass es. Ihr Mann kann doch nicht durch das Riesenfeuer bis rauf in den fünften Stock. Durch den fünften Stock. Er hat das Kind. Er hat. Er wird seinen Engel mit Wehlen nicht zu bewahren. Seinen Engel mit Wehlen nicht zu bewahren. Der Dachstuhl ist eingestürzt. Das Kind konnte der Mann noch retten. Dem Kind ist nichts passiert. Aber ihn hat es erwischt. Fürchterliche Brandwunden. Fürchterlich. Er ist tot. Martin! Martin! Sie hörten Die Kurve, ein Kriminalhörspiel von Leonard Frank. Ich denke. Das war's für heute.